Verbraucher in Deutschland zahlen offenbar zu hohe Gaspreise. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Grünen. Die Einkaufspreise seien durchschnittlich zwar um 8 Prozent gesunken, die Industrie habe das aber kaum weitergegeben. Stattdessen haben die Versorger rund 1,5 Milliarden Euro mehr eingestrichen. Die Branche will die Studie nun prüfen lassen.